hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen video ich bin heute in hohen tatra auf dem see strpske plesso und heute machen wir eine wandertour auf dem berg kriwan so wie es hier aussieht seht ihr in diesem video viel spaß dabei das ist Wir folgen jetzt von dem See, die rote Markierung Richtung Jamske Plesso. Das ist auch ein höher gelegter See, hier in Hohe Tatra und bei Jamske Plesso müssen wir dann die blaue Markierung nehmen und die führt uns dann bis zu der Spitze des Bergs Krivans. Die Kulisse ist hier wunderschön. Hier geht's hoch. Diese rote Markierung folgen war. Working hard to get my fill, everybody wants a thrill, paying anything to roll the dice just one more time. Some will win, some will lose, some will wanna sing the blues, but the movie never ends, it goes on and on and on and on. Wir haben heute wunderbares Wetter, aber wenn man in den Wald ein bisschen in den Schatten kommt, ist es immer noch frischlich. Wir sind jetzt hier zu dem See Jamske Plesso gekommen und von hier wechseln wir die Markierung des Weges und dann wechseln wir von der roten Markierung auf die blaue Markierung und gehen hoch zum Berg Krivans. Musik 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 So einen steinigen Weg haben wir hinter uns Jetzt befinden wir uns oberhalb von Jamske Plesso Und hier nach oben geht es noch hin Wir haben wunderschönes Wetter, keine Wolken auf dem Himmel Windstill, die Sonne ballert Es ist einfach herrlich Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wir haben jetzt vor uns die finale Etappe zum Gipfel Die Wadenbrennen schon anstrengend Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wir haben es geschafft Wir sind jetzt heute auf dem Gipfel von Kriwan Und genießen ein bisschen und dann machen wir uns langsam auf den Abstieg So, wir sind jetzt wieder auf dem Abstieg, alle sind kaputt, Beine schmerzen Die Tour war wunderschön, das Wetter ist immer noch wunderschön Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat Ich freue mich über einen Daumen nach oben Und bis zum nächsten Mal Ciao